Am 14. Februar 2005 ging eine Webseite online, die das nächste Jahrzehnt prägen sollte. Die ehemaligen PayPal-Mitarbeiter Chad Hurley, Steve Chen und Jord Karim gründeten mit YouTube die Webseite, welche zur größten Videoplattform im Internet aufsteigen sollte. Heute kann man Milliarden von Videos auf YouTube ansehen – und das kostenlos. Google erkannte das Potenzial von YouTube früh und kaufte das Projekt im Oktober 2006 für 1,65 Milliarden US-Dollar. Dabei bestand der Hauptzweck der damals noch jungen Plattform darin, private Videos möglichst einfach hochzuladen und mit seinen Freunden zu teilen. Mittlerweile ist YouTube zu einer Gelddruckmaschine für Google geworden, da die Inhalte immer professioneller wurden und massenhaft Zuschauer anzogen. Die Monetarisierung, also die Erlösgewinnung durch Einspielung von Werbung, sorgt aber auch dafür, dass sich manche YouTuber trotz des vergleichsweise geringen Stücks vom Erlöskuchen komplett ihren Lebensunterhalt finanzieren können. Die größten YouTuber sind die mittlerweile sehr bekannten Let's Player. Durch die Aufnahme von Videospielen mit Live-Kommentar können Gamer ein Spiel kennenlernen, ohne es selbst kaufen zu müssen. Man erlebt das Spiel quasi zusammen mit dem YouTuber, obwohl dieser vielleicht tausende Kilometer entfernt lebt. Durch dieses immer beliebter werdendes Phänomen kristallisierten sich Talente unter den Let's Playern heraus, die eine riesige Fanbase aufbauten und wie Popstars verehrt werden. Dadurch entstand eine Konkurrenz für klassische Verlage, da sich nun jeder als Spiele-Experte auf YouTube verkaufen konnte. Auch vorrangig auf Text basierende Komplettlösungen wurden durch YouTube abgelöst. Es ist bei einer kniffligen Stelle in einem Spiel eben viel einfacher, sich die Lösung durch eine kurze Suche bei YouTube vorspielen zu lassen, als in einem langen Text nach der entsprechenden Stelle zu recherchieren. Durch die Share-Funktionen der neuen Konsolen PS4 und Xbox One ist es mittlerweile kinderleicht, ein Video aufzunehmen und seine Spielerfahrung auf YouTube innerhalb von Sekunden zu teilen. YouTube bildet aber nicht nur eine Plattform für Gamer. So wird das Portal hauptsächlich als Jukebox verwendet, mit der Musik gratis über das Internet auf den Rechner gestreamt werden kann. Das belegen die Top 50 der meistgeklickten Videos, die mit einer Ausnahme ausschließlich aus Musikclips bestehen. Diese Kultur wurde von den Major-Labels der Musikindustrie zwar zunächst verteufelt, aber mittlerweile haben sich ihre Geschäftsmodelle umgestellt und sie laden die Musik ihrer Künstler selbst auf YouTube hoch. Durch diese Entwicklung wurde Diensten wie Spotify erst die Tür geöffnet. Ähnlich verhielt es sich mit den Fernsehangeboten. Fernsehsender lassen ihr Material auf YouTube zwar häufig noch sperren, erkannten aber den Trend, der durch die Videoplattform entstand und gründeten eigene Mediatheken. Diese funktionieren ähnlich wie YouTube. Es entstanden völlig neue Sehgewohnheiten. Ohne diesen Trend wären Video-on-demand-Angebote wie Netflix, Amazon Prime oder Watch Ever nicht so beliebt wie sie heute sind. YouTube drängte sich auch immer mehr in das klassische Fernsehprogramm. Aufnahmen aus dem Iran, die Revolution des arabischen Frühlings und die Aufstände in Ferguson wurden hauptsächlich durch private YouTube-Filme an die Öffentlichkeit getragen und als Bildmaterial in Nachrichten verwendet. Wofür YouTube aber hauptsächlich bekannt ist, sind virale Videos. Gangnam Style, die Ice Bucket Challenge, die Free Hugs Campaign oder die komplette Karriere von Justin Bieber wären ohne YouTube nicht möglich gewesen. Durch YouTube ist jeder Mensch mit einer Digitalkamera zu einem potenziellen Filmemacher geworden. Die Plattform hat in ihrer zehnjährigen Geschichte unsere Kultur und Sehgewohnheiten immens beeinflusst und produzierte zwanglose Filme, die ohne Produzenten oder Marktforscher auskommen und verbreitet somit vollkommen neue Ideen. Auch wenn uns die Videoplattform vor neue Herausforderungen stellt, freuen wir uns schon auf die nächsten zehn Jahre, die wir mit YouTube erleben dürfen. Happy Birthday!